Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und wir werden heute mal wieder ein komplettes Konsolenspiel in nur diesem Video programmieren. Fangen wir auch direkt an. Zu Beginn importieren wir einfach mal random, um die Zufallszahl am Anfang zu generieren oder generieren zu können. Schreiben eine Willkommensnachricht in die Konsole, die jetzt lautet Willkommen zum Zahlenraten. Und dann schreiben wir auch schon eine Spielbeschreibung in die Konsole. Gesucht ist eine Zahl zwischen 1 und 100. Du hast 7 Versuche. Dann deklarieren und initialisieren wir die Methode Versuche. Ich schreibe es jetzt einfach klein. Und die Versuche werden natürlich 7 sein, wie wir es auch beschrieben haben. Und dann generieren wir jedes Mal eine Zufallszahl, wenn wir das Spiel starten. Und die ist einfach eine zufällige Integer zwischen 1 und 100. Und dann kommen wir auch schon zu dem Main-Loop, weil Versuche größer 0. Also falls ihr noch Versuche übrig habt, der gerade spielt, wird von den Versuchen jedes Mal einer abgezogen. Dann wird ausgeprintet deine Schätzung, woraufhin der Spieler natürlich eine Zahl in die Konsole eingibt und Enter drückt. Das Ganze fangen wir dann mit input gleich input ab. Und da dieser Input ein String ist, müssen wir die noch zu einer Integer umwandeln, dass wir die Zahl eben zu der Zufallszahl oder mit der Zufallszahl vergleichen können. Und dann schreiben wir auch schon, falls die Zufallszahl größer als unser eingegebenes a ist, so ist die Zufallszahl größer. Das printen wir aus, dass der Spieler genau weiß, in welche Richtung er weiter raten muss. Das ist quasi systematisches Raten. Die gesuchte Zahl ist größer. Falls die Zufallszahl, was durchaus auch vorkommen kann, kleiner als das a ist, dann printen wir dementsprechend natürlich auch aus, die gesuchte Zahl ist kleiner. Und dann kann es ja noch sein, dass man mal Glück hat oder im späteren Spielverlauf die Zufallszahl tatsächlich errät, so falls die Zufallszahl gleich a ist. So soll einmal ausgeprintet werden als Siegesnachricht. Du hast die gesuchte Zahl gefunden. Und dann interessiert es den Spieler bestimmt auch noch, wie viele Versuche er übrig hatte, wie schnell er also auf die Zufallszahl gestoßen ist. Da printen wir aus, du hattest noch plus str Versuche. Die Versuche müssen wir zu einem String machen, weil wir keine Ins in Verbindung mit Strings ausprinten können. Versuche übrig und breaken dann den Loop, weil das Spiel ja danach nicht mehr weiterlaufen soll. Jede Runde printen wir aber aus. Du hast noch, also wie viele Versuche noch übrig sind, plus str Versuche. Versuche, selbige Begründung wie oben mit dem str und dann Versuche übrig. Und falls jetzt die Versuche gleich null sind, also falls der Spieler keine Versuche mehr übrig hat und quasi verloren hat, printen wir noch eine Loose-Nachricht aus, die lautet, du hast leider verloren. Loren, ausrufezeichen, versuche es doch einfach noch einmal, ausrufezeichen. Und das war es auch schon für diese kleine Konsolen-Anwendung, führen wir sie einfach mal aus. Da ist ein Fehler drin. Und zwar habe ich hier das Plus vergessen. Das machen wir einfach noch rein. Dann starten wir das Ganze noch einmal. Gesucht ist eine Zahl zwischen 1 und 100. Ich schätze jetzt einfach mal 50 in die Mitte. Die Zahl ist größer. Da sehe ich noch mal einen Fehler. Hier machen wir noch ein Leerzeichen rein. Dann schaut das Ganze schöner aus. Und ich schätze jetzt einfach noch einmal 50. Die gesuchte Zahl ist aber leider wieder größer. Dann schätze ich mal 75. Die Zahl ist noch größer. Dann schätze ich 83. Die Zahl ist immer noch größer. 93. Noch mal größer. 96. Wieder größer. 98. 99. Du hast die gesuchte Zahl gefunden. Du hattest noch 0 Versuche übrig. Also ich habe jetzt in dem letzten Zug noch eben diese Zahl gefunden und habe das Spiel dementsprechend gewonnen. Ich hoffe, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Lasst gerne einen Like und Kommentare bei Fragen und Kritik da. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschau. 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 Vielen Dank.